In Vollbesetzung mit Top-Startelf verlierst du da nie im Leben. Und an Moinzen zum Nachbericht zur 2-1-Knappenpleite bei Union Berlin. Drei Tore sind gefallen, viel an. 20. Minute, 1-0, Brömmel. Kurz vor der Halbzeit, 43. das 2-0 durch Musa. Und kurz nach der Halbzeit entstand 2-1 durch Philipp Förster. Gehen wir direkt in die Spielanalyse rein. Wir haben, ja, es müssen, glaube ich, 8 von 11 gewesen sein im Startelf-Tipp. Der war ja auch schon wild, die Startelf, die es am Ende des Tages wurde, war es dann halt genauso. Stenzel rechts, Kaminski in der Innenverteidigung und Karasso neben Endo und dann Kulibali statt Förster. Das waren so die größten Änderungen, die ich jetzt nicht in der Startelf vorhergesehen hatte. Hat auch, muss man zugeben, nicht wirklich alles funktioniert. Klares Ding, wenn dir eben die Hälfte der Stamm-Startelf fehlt, auch klar. So ist er ausgefallen, noch kurz vorm Spiel, im Abschlusstraining. Ja, da ist dann halt wenig in Sachen eingespieltes Team. Überspielen aus war die Abwehr dann ganz okay, wenn auch nicht ganz eingespielt. Mittelfeld war für mich schwierig. Vor allem Karasso, Endo, Stenzel, so dieses Dreierpack da irgendwie. Keine Ahnung. Vor allem bei Endo irgendwie, war für mich so anfällig für Fehler, wie ich es bisher noch nie gesehen habe bei ihm. Das ist mir irgendwie speziell aufgefallen. Denn das hat, auch in den Stream-Highlights, habe ich das gesagt, oder im Stream dann generell, gerne das nochmal abchecken. Endo und Karasso im Mittelfeld klappt nicht so ganz. Also für dieses Spiel sind dann ausgefallen natürlich an eigentlichen Startelf-Kräften. Kempf, Sosa, Mangala, Silas, González und dazu Castro auf der Bank und Förster auf der Bank, die ja auch schon zumindest mal einer von den beiden normalerweise immer in der Startelf steht. Ja, von dem her. Erste Halbzeit auch recht wenig passiert, aber du gehst halt trotzdem mit 2 zu 0 Rückstand in die Halbzeit. Das passiert dir auch original, glaube ich, nur gegen Union Berlin. Die waren halt zweimal eiskalt, waren auch zugegebenermaßen gut rausgespielt und sauber gespielt. Kann man auch nicht viel sagen zu. Dann kamen die wichtigen Wechsel zur Halbzeit. Förster, Massimo, Klimovic kamen, auch noch Kuljelow ein paar Minuten später. Der hat nicht direkt zum Dreierwechsel gezählt, aber auch quasi der Umschwung zur Halbzeit. Und direkt ging mehr, direkt das 1 zu 2. Durch Philipp Förster, schönes Tor, schon rausgespielt. Schöner Ball von Kaminski, top abgelegt von Karlajcic dann. Und Förster auch eiskalt, ruhig und macht das Ding. Ja, Nummer 13 in Sachen Joker-Touren für den VfB. Das ist auch Liga-Höchstwert. Danach ist noch kurz die Situation mit Karlajcic. Ja, war für mich dann doch vielleicht ein Tacken zu wenig für den Elfmeter. Aber es war halt auch in keinem Leben ein Stürmervoll, was er da gepfiffen hat. Irgendwie ein bisschen komisch. Schiri generell eher schwierig. Es gab ja auch viele, die sich über den Schiri aufregen. Viele, die sich über den Sky-Kommentator aufgeregt haben. Ich lasse es mal dabei einfach stehen. Aber diese Phase, die direkte Hype-Phase, das war nämlich, glaube ich, in der 50. Karlajcic-Situation, das Tor in der 48. oder 49. Die ist dann wieder halt recht schnell abgeflacht, wenn man ehrlich ist. Also Kulinov hat ja noch eine ganz gute Chance. Wurde da schön in Szene gesetzt. Aber Sens Ding halt auch viel zu weit über das Tor drüber. Also den darfst du ja wenigstens aufs Tor bringen, das Ding. Kulinov immer. Auch so ein Ding, der ist schon immer dabei. Der ist schon ehrgeizig. Der merkt, du merkst, was er will. Aber es kommt halt noch recht wenig dabei raus. Es wirkt alles noch so ein bisschen stümperhaft manchmal. Union logischerweise auch zwei Möglichkeiten gehabt. Ganz klar, gute Parade von Kobel gegen den Schuss von Trimmel müsste gewesen sein. Natürlich Kruse mit der größten Chance. Der Freikopf. Das muss eigentlich das 3 zu 1 sein. Mavropanos holt sich in der 92. Minute dann auch noch seine fünfte Gelbe ab. Es ist quasi der Gelbsperrentausch. Dann kämpft Kerl zurück gegen Wolfsburg. Mavropanos muss dann quasi auf die Tribüne mit der Gelbsperre für das eine Spiel aussetzen. Am Ende dann einfach, am Ende des Tages ein Ticken zu wenig. Sieg geht bestimmt in Ordnung für Union. Unentschieden wäre aber auch gerechtfertigt gewesen. Hätte man auch verdient sagen können, glaube ich, über das Spiel hinaus. Am Ende ist es halt einfach ein stereotypischer Sieg von Union Berlin diese Saison. Deswegen stehen die da oben, deswegen halten sie sich da oben. Ja, da machst du halt wenig. Wie gesagt, zur Halbzeit steht es eigentlich normalerweise 0 zu 0, weil nichts passiert ist. Aber du gehst halt mit einem 2-0-Rückstand rein. Das passiert ja nicht gegen so viele Klubs. Tut natürlich weh. Man hat gehofft zu punkten hier gegen Union. Bei Union, wichtiges Spiel gewesen. Verlierst du. Aber eben, wie gesagt, man muss halt so ein bisschen auch auf diese Startelf gucken. Jetzt Ausrede hin oder her. Aber ich bin mir recht sicher, in Vollbesetzung mit Top-Startelf verlierst du da nie im Leben. Ist jetzt, Blick auf die Tabelle, natürlich ein bisschen schade für alle unsere Europa-Träume, die bestimmt auch so ein bisschen da waren bei einigen. Mich eingeschlossen, bin ich auch ganz ehrlich. Der Rest hat einfach halt alle dreifach gepunktet. Gladbach schlägt Frankfurt weg. Freiburg schlägt Schalke weg. Und eben Union besiegt uns in direkt ein Duell. Man ist nicht ganz weg. Logisch, aber natürlich wird es jetzt deutlich schwieriger. Deutlich, ja, weiterer Weg zu Platz 7. Ehe die Frage. Logisch, will man Europa, will man nicht. Das darf jeder für sich selber beantworten. Für mich ist so das Gefühl, wenn es um was geht, dann tu alles dafür, dass da wirklich auch was geht. Aber gut. Man rutscht damit nun auf Platz 10. 40 Punkte wollen wir irgendwie einfach nicht erreichen. Bleiben auf 39 Punkten aus 29 Spielen. Union nun 8er Punkt gleich mit Gladbach. Die sind auf dem 7. Beide mit 43 Punkten. Also 4 Punkte weg von uns. Union damit seit 14 Heimspielen ungeschlagen. 5. in der Heimtabelle. Wir 7. in der Auswärtsabelle. Du warst natürlich auch bei einer absoluten Heimacht am Start. Und weil es einfach auch schön ist und weil es auch, merkt man immer wieder auf Social Media vor allem, nach Niederlagen vor allem. Weil einfach viele da auch vergessen, wo wir herkommen und um was es geht. Wir kommen aus einer beschissenen Zweitligasaison. Es ging nur um Klassenerhalt. Und jetzt, da Schalke verloren hat, können wir nicht mehr rechnerisch direkt absteigen. Auch ganz schön. Kommen wir zum Man-of-the-Match-Voting. Hier natürlich wieder sehr, sehr gerne abstimmen im Community-Tab und auch wieder eigene Vorschläge, eigene Meinungen bringen. Wen wollt ihr sehen oder habt ihr irgendeine andere Begründung zu einem anderen Spieler. Für mich, Platz bekommt auf jeden Fall Förster. Tatsächlich wirklich wichtig für die Mannschaft. Und nach Einwechslung gut, ja, ein bisschen Radau gemacht, sein Tor gemacht. Und da halt sonst wirklich, wenn ich nach vorne zusammenlief, logisch, die Einwechslung haben alle belebt. Auch Massimo, die haben alle belebt nach vorne. Klimovic, Kulinov. Aber da ist keiner dabei, wo ich das Gefühl habe, wie bei einem Förster zum Beispiel. Deswegen muss ich da ein bisschen woanders noch hingucken. Und da fällt für diese drei Positionen zwei weitere Sender frei. Und die fallen für mich in die Defensive. Für mich hat Mavropanos ein sehr starkes Spiel gemacht. Vielleicht fast eines seiner besten für den VfB. Und dann auch, vor allem eben nach so einer dermaßen langen Pause, ohne Spielzeit, immer so ein bisschen eben die Reservistenrolle da am Start. Und irgendwie, jo, nach Saison ist es vorbei, aber ich hänge mich bei euch noch ein bisschen rein. Nie groß beschwert. Und dann kommt er rein und macht wirklich ein grundsolides Spiel. Deswegen kommt da Kaminski rein, auch am Tor beteiligt gewesen für Förster. Kommt Kaminski rein, schließt das Ding ab. Wir haben unsere drei Leute und ihr dürft gerne abstimmen. Und wie immer zum Schluss die Tweets of the Match. Tweet Nummer eins, mein Wunsch, willkommen in der Saison. Ein Auswärtsspiel in der vollen alten Försterei und ein 0-7-Auswärtssieg, mit dem Union absteigt. Also ich habe sehr persönlich auch dieses Ding gegen Union. Und machen sie mit ihrem Spielstil und mit der Relegation damals auch nicht die größten Fans. Irgendwie bei uns im VfB-Fanlager. Logisch, deswegen ganz lustiger Tweet. Ich glaube 0-7-Auswärtssieg wäre wahrscheinlich auch einer der höchsten Auswärtssiege. Wenn ich der höchste Auswärtssieg für uns in der Vereinsgeschichte. Dann Köpenicker-Härte ist das neue bürgerliche Mitte, oder? Finde ich auch einen sehr schönen Vergleich. Weil ja, da sind wir beim Thema Schiedsrichterleistung. Oder generell bei dieser Spielart von Union plus Schiedsrichterleistung. Ja, muss man nicht fühlen. Belasse ich aber dabei. Dann letzter Tweet noch. Das Saisonziel für den VfB ist damit klar. Best auf Baden-Württemberg und Best auf Schwaben. Hast du nicht tatsächlich gerade? 9. Freiburg, 10. Stuttgart, 11. Augsburg, 12. Hoffenheim. Ich mag, wenn man irgendwas spielen kann. Normal ist es Abstiegskampf. Jetzt ist es vielleicht noch Europa so ein bisschen. Oder wenn es das nicht ist, ist es eben der örtliche Fight. Den nehmen wir natürlich dann auch gerne an. Und damit war es das von diesem Nachbericht. Lange warten auf die nächsten Nachberichte. Und den Vorbericht hin müssen natürlich nicht. Jetzt hier am Sonntag der Nachbericht. Und dann natürlich direkt morgen, weil wir Mittwoch schon wieder kicken. Gegen Wolfsburg kommt morgen der Vorbericht für Wolfsburg. Und dann natürlich Nachbericht, Vorbericht, Leipzig und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Und dann nächste Woche oder in zwei Wochen zum Glück dann so ein bisschen Verschnaufpause mit Länderspielpause. Englische Woche ist schon da auch recht happig für mich, was die ganzen Videos und Streams und so weiter angeht. Aber sonst macht euch einen schönen Sonntag, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.